Eine Frau hat tagsüber eine Affäre, während der Ehemann bei der Arbeit ist. Ihr 10-jähriger Sohn kommt unerwartet nach Hause, sieht sie und schleicht sich in den Schlafzimmerschrank. Ein paar Minuten später hört die Frau, dass ihr Ehemann nach Hause kommt. Sie versteckt hastig ihren Liebhaber im Schrank, ohne zu wissen, dass der Junge sich auch dort versteckt hat. Der kleine Junge sagt, es ist wirklich dunkel hier drin. Der Mann antwortet, ja, das ist es. Dann sagt der Junge, ich habe einen Tennisball. Der Mann sagt, das ist schön. Möchtest du ihn kaufen? Fragt der Junge. Nein, danke, antwortet der Mann. Mein Vater ist draußen, sagt der Junge. Der Mann seufzt, okay, wie viel? 300 Euro, sagt der Junge. Der Mann sagt, okay, in Ordnung. Ein paar Wochen später befindet sich der Liebhaber wieder im Schrank mit dem Jungen. Der Junge sagt, es ist wirklich dunkel hier drin. Der Mann antwortet, ja, das ist es. Ich habe einen Tennisschläger. Der Liebhaber, der sich an das letzte Mal erinnert, fragt den Jungen, wie viel? 700 Euro, sagt der Junge. Der Mann seufzt wieder. In Ordnung. Ein paar Tage später sagt der Vater zu seinem Sohn, hol deine Tennisschläger und Ball und lass uns ein bisschen Tennis spielen gehen. Der Junge sagt, ich kann nicht. Ich habe meinen Tennisball und meinen Tennisschläger verkauft. Der Vater fragt, für wie viel hast du sie verkauft? Der Junge grinst, 1000 Euro. Der Vater sagt, ich finde es schrecklich, deine Freunde so übers Ohr zu hauen, das ist viel mehr, als sie neu kosten. Ich bringe dich jetzt in die Kirche, damit du beichten kannst. Als sie in der Kirche ankommen, sagt der Vater dem kleinen Jungen, er soll in die Beichkabine gehen und schließt die Tür. Der Junge sagt, es ist wirklich dunkel hier drin. Der Priester sagt, okay, junger Mann, wie viel diesmal? Danke euch. Da geht es gut. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Danke euch. Untertitelung des ZDF, 2020